Also ich persönlich, ich finde es total schlimm, dass Frauen mittlerweile so total unter so einem Rasurzwang stehen und sozusagen alles an ihrem Körper abrasieren müssen. Und ich habe ja früher bei Viva eine Sendung gemacht, da habe ich so eine Performance gehabt, da habe ich mir halt so alles aus den Achseln so raus wachsen lassen. Und bin total zerrissen worden von meinen Zuschauern, weil ich sozusagen so viele Haare unter den Armen hatte. Und damit kamen die so gar nicht klar. Und das finde ich irgendwie so total, ich fand das so voll shocking, dass Frauen nicht nur so vorne rum Haare haben, sondern auch, dass das so nach hinten geht, ne? Also das ist ja nicht nur bei Männern so, sondern auch bei Frauen. Und da sind manche Männer total schockiert irgendwie, wenn die so rausfinden, oh, Frauen haben auch am Po-Loch, am Po-Loch so Haare. Und jetzt ist halt so der neueste Trend, was ich mitbekommen habe, ist sozusagen Operationen im Intimbereich. Also dass man sich sozusagen da verschönern lässt. Wenn eine Frau, also wenn die inneren Schamlippen sozusagen länger sind als die äußeren Schamlippen, also wenn das so runterhängt, das findet man jetzt nicht so schön. Und dann rennt man eben zum Arzt und lässt sich so die inneren Schamlippen so reinschnibbeln, so abschnibbeln und reinschieben, damit das wie so eine geschlossene Muschel ist. Also der allerneueste Trend ist auch Anal-Bleaching. Ja, Anal-Bleaching. Weil es ja eigentlich durch diese ganzen Rasur-Zwangsnummer, also wo man sich alles so wegschnibbelt, da ist halt sozusagen jetzt offensichtlich auch das Po-Loch zu sehen. Ja, und das Po-Loch ist halt einfach jetzt normalerweise so die Rosettenhaut, ist halt einfach braun. Und da kann man sich sozusagen die braune Rosettenhaut so erbleichen lassen, dass die so rosa ist, so schön rosa. Und das finde ich irgendwie so total albern. Also okay, im Porno macht es vielleicht irgendwie Sinn, weil man da ja wirklich alles sehr nah auch so sieht, so das Po-Loch und irgendwie. Ja, und dann wäre das ja eigentlich auch total nicht schön, wenn dann so zwei buschlige, haarige Teile so aufeinander klatschen würden. Also deswegen finde ich, für Porno-Darsteller macht das irgendwie Sinn.